Und es freut mich sehr, dass neben uns auch noch so viele weitere Personen mit Fahrrad angereist sind. Das macht mich wirklich sehr froh und gibt mir ein bisschen Hoffnung wieder, dass wir uns doch weiter vom Auto distanzieren können. Und der nächste Schritt dafür, dass mehr Leute sich vom Auto distanzieren, wäre es zu verhindern, die A39 zu bauen. Und wie schon angeführt wurde, ich bzw. die Leute von Fridays for Future sind die Generation, die die Fehlentscheidungen, die jetzt getroffen werden, tragen müssen. Und deswegen gehen wir jeden Freitag auf die Straßen. Und deswegen sind sie auch heute hier. Denn wir wollen diese Fehlentscheidung verhindern. Wir wollen die A39 verhindern. Wir wollen das Artensterben aufhalten. Und es hört gar nicht erst da auf, wo die Flächen versiegelt werden, wo die Wälder gerodet werden. Nein, es gibt auch weitere Folgefehler. Es gibt weitere Folgeeffekte. Es gibt eine viel höhere Geräuschebelastung. Und ich denke, dies wird auch noch weitere Tierarten kosten, bzw. weitere Tiere aus diesen Gebieten verscheuchen. Und wie wir gehört haben, 102 Kilometer, 102 Kilometer, wo die Tiere wahrscheinlich weggehen. Und nun zu dem Fall, dass das wirklich, dass diese Klage erfolgreich ist. Dann können wir alle sagen, alle, die heute hier sind, dass wir etwas dafür getan haben. Dass wir etwas dafür getan haben, dass die A39 aufhalten wird. Dass wir etwas dafür getan haben, dass die Tiere gerettet werden. Vielen Dank. Vielen Dank.